Sie sind Gastgeberin zwischen den Jahren, dann gratuliere ich Ihnen, weil Sie können nicht nur das normale Produktprogramm wählen, denn ich habe noch etwas ganz Besonderes für Sie. Nur ein Angebot für unsere Gastgeberin, nur zwischen den Jahren. Sie können, wenn Sie möchten, unser Besteck, unser neues schlichtes silberfarbene Besteck mit vier Kaffeelöffelchen, vier Messer, vier Löffel und vier Gabeln zum sagenhaften Preis von 40 Euro mitbestellen. Nur Sie, weil Sie die Gastgeberin sind und somit haben Sie für vier Personen hier ein Besteckset, das Sie natürlich für sich selber nutzen können, für den Hobbyraum oder vielleicht zieht jemand irgendwann mal aus bei Ihnen und dann können Sie das entweder mitgeben oder sich selber, zum Beispiel selber gönnen. Und da Sie clever sind, machen Sie auf Ihrem Tupperarm zwischen den Jahren 675 Euro Umsatz, denn Sie denken bitte daran, bei 675 Euro dürften Sie sich noch einmal das Besteckset für vier Personen schenken lassen und somit haben Sie beim Einsatz von 40 Euro acht Bestecke, von 40 Euro acht Bestecke, vier Stück bezahlen Sie und acht und vier Stück bekommen Sie über die Sterne mit geschenkt. Also richtig sammeln und ich denke mit den tollen Angeboten, mit den tollen neuen Produkten, da klappt es auch. Viel Erfolg und alles Gute im Jahre 2022.